Hallo, hier spricht wieder eure Mini-Mikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute möchte ich ganz gerne die Serie fortsetzen, die ich im Juni begonnen hatte. Ja, es gibt mittlerweile schon drei Teile, wo ich einen Artikel vorstelle, wo es um den Anstieg der IgG4-Antikörper geht. Und die werden eben erzeugt durch wiederholte Impfungen. Ja, und heute geht es auch so ein bisschen darum, ist das eigentlich wichtig, wie oft wir wiederholen oder hat es auch was mit der Dosis zu tun? Möglicherweise wird uns dieses Thema noch die nächsten Jahre begleiten. Es könnte also sein, dass, wenn man diesen Artikel richtig versteht und interpretiert und das vielleicht auch so einsetzt, wie hier beschrieben, dass geimpfte Personen eine Immuntoleranz entwickeln gegenüber dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, dass sie desensibilisiert werden, wohingegen nicht geimpfte Personen viel stärker, direkter und konkreter auf dieses SARS-CoV-2-Spike-Protein reagieren. Möglicherweise auch im Blut noch mal ein bisschen stärker und direkter. Aber vielleicht dann auch dieses Protein schneller, effektiver auch bekämpfen können, als jemand, der eben tolerant gegenüber dem SARS-CoV-2-Spike-Protein ist. Ja, es geht also erstmal weiter in unserem Artikel. Diesen Artikel habe ich ja nicht selber geschrieben. Ich stelle ihn also nur vor. Ich bin nicht in jedem Punkt mit diesem Artikel einer Meinung, aber das muss ja auch nicht sein. Ich möchte einfach nur mal verschiedene Blickwinkel hier euch präsentieren. Im nun folgenden Textabschnitt geht es um fünf wichtige Argumente, die gegen die Vielhilfe, Vielmoral sprechen. Das ist eine Kernfrage der Medizin. Wie viel darf ich überhaupt einem Patienten geben? Aus dem Alltäglichen kennen wir das natürlich auch. Wir können natürlich jederzeit Zucker zu uns nehmen oder auch Salz. Aber irgendwann ist das Maß eben voll. Irgendwann ist es zu viel. Und irgendwann kann es auch so einen Kipppunkt geben. Natürlich kann etwas erstmal ganz gut sein für uns, aber irgendwann kann es uns eben auch schaden. Und hier geht es jetzt um Impfstoffe, aber es ist eben eine typische Frage in der Medizin, wie viel ist gut und ab wann ist es schädlich? Punkt 1. Wenn übermäßige Mengen an Antigen injiziert werden, kann dies zum Zelltod und damit zum Verlust einer bestimmten Gruppe von T-Lymphozyten führen. Das heißt, wir verlieren eine bestimmte Gruppe an T-Lymphozyten. Und dieses Phänomen wird als klonale Deletion bezeichnet. Punkt 2. Hier geht es jetzt um eine Immuntoleranz. Das ist so eine Art Desensibilisierung. Immuntoleranz als Folge einer längeren Antigen-Exposition bedeutet, man ist einem Antigen eine längere Zeit ausgesetzt. Dadurch kann sich eine Immuntoleranz entwickeln. Also eine Immuntoleranz kann sich entwickeln, wenn wir eine längere Zeit mit einem Antigen-Kontakt haben. Das kann natürlich auch passieren, wenn wir zum Beispiel selber Antigenesmaterial herstellen. Also wenn unsere Zellen selber Viren herstellen oder Teile eines Virus. T-Lymphozyten sind ein wesentlicher Teil des Immunsystems, das Infektionen und andere Fremdkörper erkennt und entfernt. Diese T-Lymphozyten, oder auch T-Killerzellen in diesem Fall wahrscheinlich, diese T-Lymphozyten jedoch können desensibilisiert werden und ihre Fähigkeit verlieren. Und das entsteht eben durch immer wiederholten Kontakt mit einem Antigen. Und durch diesen immer wiederkehrenden Reiz mit diesem Antigen und vor allem, wenn die natürlich auch mit einer hohen Konzentration vom Antigen ausgesetzt sind, beispielsweise eben durch wiederholte Impfungen, kann so eine Immuntoleranz entstehen. Immuntoleranz ist ein Zustand, der auch zum Fortbestehen einer Infektion, das nennen wir dann auch chronische Infektion, oder zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen führen kann. Bedeutet, wenn wir ein Immunsystem desensibilisieren, dann können Autoimmunerkrankungen oder auch chronische Infektionen als Folge daraus abgeleitet werden. Ich habe auch schon mal in einem meiner Schulungsvideos darauf hingewiesen, was passiert, wenn ich zum Beispiel immer wieder mit Nickel in Kontakt komme. Da reagieren auch die T-Lymphozyten und letzten Endes kann das auch zur Autoimmunerkrankung führen. Das war jetzt noch mal so ein kleiner Einschub von mir. Kommen wir mal zu Punkt 3. T-Lymphozyten können einen Prozess durchlaufen, der als terminale Differenzierung bekannt ist, wenn Impfstoffe in einer hohen Konzentration verabreicht werden. Dabei werden sie hoch spezialisiert und verlieren ihre Fähigkeit, sich zu teilen und zu vermehren. Ja, also die T-Lymphozyten durchleben eben noch mal eine Art der Differenzierung und das ist dann praktisch aber auch ein Stopp. Das war's. Sie sind dann fertig ausgereift. Sie können sich nicht mehr teilen, nicht mehr vermehren und sie können sich nicht mehr auf neue Infektionserkrankungen einschießen. Sie sind also damit fertig ausgereift. Dadurch wird das Immunsystem erschöpft und kann Folgeerkrankungen nicht mehr erfolgreich abwehren. Dies stellt ein Problem dar, da es die Schutzvorteile von Impfungen untergraben könnte. Das bedeutet, dass sich T-Lymphozyten eben zum einen auf einen Erreger einschießen, zum anderen aber können sie sich ja nicht mehr teilen. Das heißt, sie können nicht mehr ihre erlernten Fähigkeiten an die nächsten Klone abgeben. Denn T-Lymphozyten sind ja normalerweise noch zur Mitose fähig. Also, aus einem T-Lymphozyt können ja normalerweise wieder zwei T-Lymphozyten werden. Das hier bedeutet aber, dass das eben dann nicht mehr stattfinden kann. Dieser T-Lymphozyt ist also fertig im Grunde genommen mit seiner Ausreifung. Um die Vorteile des immunologischen Schutzes und die potenziellen Nachteile einer Immunschwäche abzuwägen, ist es wichtig, die ideale Impfdosis sorgfältig zu bestimmen. Und das ist etwas, was ich von einem Ethikrat normalerweise erwarte. Auch von einer ständigen Impfkommission. Solche Fragen muss man im Vorfeld erstmal abklären. Wann ist es zu viel? Wie viele Impfungen können wir eigentlich wirklich empfehlen? Und wann gibt es eine Umkehrung der Vorteile? Wenn es denn überhaupt Vorteile gibt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber diese ganzen Fragen hätte man sowieso schon im Vorfeld mal klären müssen. Und man hätte ja sowieso eigentlich niemals auf eine Impfung gehen dürfen, die man ja gar nicht kennt. Mal abgesehen davon, dass natürlich viele andere Impfstoffe, die wir schon lange kennen, dann wiederum mit Quecksilber und Aluminium voll sind. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was ja auch letzten Endes wieder zu Autoimmunerkrankungen führen kann. Aber solche Fragen hätte sich zum einen der Ethikrat und zum anderen die ständige Impfkommission mal stellen müssen und dann letzten Endes das auch offen kommunizieren müssen. Man hätte eben auch sagen müssen, es kann auch zu negativen Effekten führen, wenn wir zu häufig impfen, wenn der Wiederholungsmodus zu schnell ist und wenn wir zu viel Antigen injizieren. Weil wir haben ja in Punkt 1 schon gelernt, das kann auch zum Zelltod führen. Punkt 4. Unerwünschte Ergebnisse, damit meint man Nebenwirkungen, treten eher in Gruppen auf, die höhere Impfdosen erhalten haben. Was ja logisch ist und was wahrscheinlich auch jeder mit einem normalen Menschenverstand begreift. Punkt 5. Hier geht es jetzt um die Avidität. Die Avidität beschreibt die Bindungsstärke. Dazu möchte ich ein bisschen was erklären, bevor wir in den Text einsteigen. Es ist eben so, dass man sich das Ganze so ein bisschen so vorstellen muss, wie so eine alte Eisenbahn, die doch noch so Magnetpuffer hatte und die dann so zusammenklockten. Und so ist das eben auch, dass man eben eine gewisse Bindungsstärke hat. Denn diese Eisenbahnwaggons konnte man ja auch wieder entbinden. Und so müsst ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Wir brauchen eine hohe Bindungsstärke, damit eben die Eisenbahnwaggons zusammenhalten. Und wenn eben diese Bindungsstärke nicht so doll ist, dann funktionieren eben diese ganzen Ketten nicht. Und das werden wir jetzt auch ein bisschen erfahren. Ich wollte es nur erst mal im Vorfeld erklären, damit ihr wisst, was überhaupt Avidität bedeutet. Punkt 5. Die Intensität der Reaktion zwischen einem Antigen und einem T-Zell-Rezeptor oder einem Antikörper wird als Avidität bezeichnet. So, also das ist die Bindungsstärke. Entweder haben wir also eine Bindungsstärke zwischen einem Rezeptor und einem Virus oder beispielsweise zwischen einem Virus und einem Antikörper. Bei hoher Bindungsstärke, Avidität, ist die Immunantwort wirksamer bei der Identifizierung und Entfernung des Zielantigens, des Zielvirus, des Ziel Spike-Proteins beispielsweise auch. Also natürlich, desto besser die Bindungsstärke, umso besser funktioniert eben auch die Identifizierung und die Entfernung von einem Viruspartikel. Und jetzt kommen wir zu einem sehr zentralen Satz. Es geht hier um die Menge des zu impfenden Materials. Hohe Antigendosen, also nochmal, das ist die Konzentration des Wirkstoffs in einer Impfung, können jedoch zu einer Erschöpfung des Immunsystems führen, einem Zustand, bei dem die Zellen des Immunsystems desensibilisiert werden und nicht mehr in der Lage sind, eine erfolgreiche Abwehr aufzubauen. Und ich möchte das hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, auch wenn das jeder mit einem normalen Menschenverstand weiß. Ab einer gewissen hohen Konzentration führt eine Impfung zu einer Erschöpfung des Immunsystems und damit ist auch verbunden, dass das Immunsystem desensibilisiert wird und keinen Schutz mehr aufbaut gegen diesen Erreger oder auch generell gegen Erreger. Dadurch kann die Bindungsstärke von T-Helferzellen und Antikörpern abnehmen und so die immunologische Reaktion auf das Zielantigen, beispielsweise Spike-Protein, beeinträchtigen. Um eine starke und wirksame Immunantwort zu etablieren, ist es wichtig, die idealen Antigendosierungen, die in der Immuntherapie eingesetzt werden sollen, gründlich zu bestimmen. Und jetzt geht es hier nochmal um eine Veröffentlichung. Billeskov und seine Mitarbeiter, diese lieferten Beweise für Fälle, in denen niedrige Impfantigendosen zu positiven Reaktionen von T-Zellen führten, sowohl hinsichtlich der Qualität anhand mehrerer wirksamer Fähigkeiten als auch der präventiven Wirksamkeit sowohl in Tier- als auch in Menschenversuchen. Und sie präsentieren Argumente für die Bedeutung der Antigendosisreduktion für optimalen Schutz bei einigen Modellen. Sie ermutigten auch, insbesondere Experten für T-Zell-Impfungen, sich daran zu erinnern, dass weniger sicher manchmal mehr ist. Weniger ist eben manchmal mehr, ne? Und so stellt sich eben die Frage, gibt es abschließend einen Zusammenhang zwischen der Konzentration der Antigendosis, also der Konzentration in einer Impfdosis, der wiederholten Exposition, gemeint ist hier wahrscheinlich eine wiederholte Impfung, man kann es aber auch so verstehen, ein wiederholter Kontakt mit dem Virus oder mit einem Teil des Virus und der Induktion der IgG-4-Produktion. Beziehungsweise gibt es eben einen Zusammenhang zwischen der Produktion der IgG-4-Antikörper durch Wiederholungen und durch Antigenmenge. Und jetzt stellt sich eben die Frage, Kritiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, dass sich IgG-4-Antikörper bilden, kann natürlich auch mit einer genetischen Veranlagung zu tun haben. Also es hat alles gar nichts mit der Impfmenge zu tun, mit Booster-Impfungen. Das ist natürlich etwas Individuelles. Das kann man natürlich dann auch natürlich behaupten, ja? Dass einzelne Menschen im Grunde genommen durch ihre Genetik selber schuld sind. Da etwa die Hälfte der Geimpften nach der zweiten mRNA-Einverleibung einen erheblichen Anstieg der IgG-4-Konzentration aufwiesen, ist es offensichtlich, dass ein solcher Anstieg nicht durch eine genetische Veranlagung verursacht wird. Darüber hinaus verwendeten Moderna und Pfizer für ihre Grund- und Auffrischimpfungen die gleiche Antigen-Dosis, was dem Paradigma der Vakzinologie, also der Impfwissenschaft, der Impflehre, widerspricht. Das besagt, dass für die Auffrischimpfung eine niedrige Antigen-Dosis empfohlen wird. Und das ist eben ein absoluter Lernsatz auch. Man beginnt mit einer höheren Dosis und geht dann zu einer schwächeren Dosis über, weil es nun mal zu einem Booster-Effekt kommt. Das ist praktisch so etwas wie ein festgeschriebenes Gesetz, dass man so vorgeht und nicht, dass man nochmal die gleiche Menge gibt, weil bei der zweiten Dosis eben der Booster-Effekt einsetzt und es dann zu einem starken exponentiellen Wachstum kommt. Und wie wir ja eben erfahren haben, kommt dann durch die zweite Impfung, bei 50% jedenfalls der Menschen, es zu einem Anstieg der IgG-4-Antikörper. Und das ist natürlich auch wirklich bezeichnend und hat ja wirklich dann auch nichts mit der Genetik zu tun. Mit was das zu tun haben kann, werden wir noch erfahren. Vielen Dank für euer Zuhören. Wann ich den fünften Teil abdrehen werde, weiß ich noch nicht. Ich muss immer ein bisschen gucken, wie ich so mit meiner Zeit hinkomme. Ich wünsche euch aber erstmal alles, alles erdenklich Gute. Freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht es gut. Tschüss. Eure Medimikro. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.